ja hallo hallo zurück wir machen weiter jobs weil wir müssen Geld verdienen, wir sind arme Schlucker ja und ich hab irgendwie immer noch Level 17 H das kriegen wir hin, das... let's go! also ich bin ready wir machen jetzt Air Force Zero 3 yay ach das ist lustig ich kenn das nicht das geht... Air Force Zero? Was ist das für eine Gruppe? Mareike fliegt den Air Force Zero, die darf nicht sterben wenn sie tot ist, hat euer Team verloren du fliegst in Buzzard und verteidigst sie und ich muss versuchen euch vom Himmel zu holen das macht mit noch mehr Leuten richtig viel Spaß ok klingt aber strange also du musst halt verschiedene Punkte anfliegen ok du fliegst jetzt quasi in so einen roten normalen Heli fliegst dann die Punkte an, dann musst du mit dem Buzzard hinterher fliegen, dich beschützen und zwar vor mir und mein Auftrag ist es eigentlich nur, dich von mir mitzuholen ok mein Vorteil ist jetzt, ich weiß, wo du hin musst ooooh und mein Vorteil ist, ich weiß, dass ich Ariane beschützen muss ok naja, ist das wirklich ein Vorteil ne, moment also mit mehr Leuten macht das richtig viel Spaß könnte jetzt etwas kurzweilig werden also wenn Mareike weg ist, ist Ende und dann wird jedes Mal neu gespawnt ja, das sieht nur sie das ist ja das Blöde naja, du musst halt hinterher fliegen und sie beschützen ok wahl, vorbei tan 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 Exerc appointed, wie schieß ich da noch gleich achso achso könnte man nicht auch immer дальше gegen die Leute und dann ja, das Problem ist, irgendwann geht dann auch dein Heli kaputt Oh, wie sieht ihr nochmal an, ey? Also ich mein, ich mein nicht, mach ich sein Mach da automatisch, wenn du nah genug bist Da bin ich wohl nicht nah genug Der euch darf fliegen, aber ihr macht's mir nicht einfach, weil der so hoch fliegt Du musst erst mal auf die Höhe kommen Ja, das probier ich auch gerade, auf die Höhe zu kommen, auf der Maike fliegt Aber die fliegt immer höher Töntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntöntönt Ja, ich brannte schon aufgrund der Kollision mit Mareike. Das heißt brannte, ich rauchte. Ja, du musst mehrere Punkte anfliegen. Eigentlich bräuchte ich auch nur am Endpunkt warten. Warten. Das wär ja langweilig. Weil da musst du dann auch noch landen und landen dauert, wenn mir liegen ist. Ich sehe gerade, dass irgendjemand in Whatsapp die ganze Zeit schreibt in irgendeiner der vielen Gruppen, in denen ich bin. Und das irritiert mich gerade ein wenig. Deswegen bin ich in Whatsapp in keiner Gruppe mehr. Mich das dann irgendwann aufgeregt hat. Da war ich nur in einer einzigsten drinne. Wenn wir uns eine Gruppe erstellen, nachdem denn das ist, wofür wir die Gruppe erstellt haben, vorbei ist, löschen wir die dann auch wieder. Ja, ich hab halt so ein paar Dauergruppen. Gott, ich muss ja voll weit da runter. Ja. Ich hab mal einen Sturzflug machen. Ich seh noch schon wieder auf mit der Karte. Da fahrt der mir doch keiner gegen. Tch, 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 tch. Brrr. Haaaah! Vorbei. Du, kann ich dich nicht anvisieren? Jetzt aber. Oh, voll im Teichreich. Ja, aufall ich muss aufpassen, dass du dich aus Versehen mal reingedriftst mit deinen Raketen. Kinder! Flieg hoch! Oh Gott! Naja, ich hol dich spätestens am Endpunkt. Ja, ja! Ja, ja! Flieg zu mir! Ja, ja, ja! Hör auf auf mich zu schießen! Warum? Weil Matsch schießt und so. Was ist das? Oh, ich glaub ich rauche. Ich bin mir sicher. Ja, du hältst einiges an Einschlägen aus. Plötzlich brauchen. Ja! Ja! Nein! Verdammt! Wir wollten grad noch ausweichen, wir haben's kommen sehen. Shit! War dann zu knapp. Ja, 2000 war da. Oh, wir haben schon wieder verloren! Oh, Mann ey! Du hast schon wieder kein Hut auf. Nee, 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 nee! Nee, 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 nee! Oh, Mann! Gefällt mir trotzdem! Nee, ich hab sogar mehr Geld gekriegt als du! Toll! Klasse! Schön! Freutlich für dich! So, was machen wir jetzt? Damals Streit ums Crystal! Streit ums Crystal! Oh, Thomas! Oh, Thomas! Ja, ja! Den nehmen wir dann in der nächsten Folge. Ja, ja! Der Thomas! Da kommt der einfach online! Der, 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 der Thomas! Der hätte außerdem ganz gerne super viel Hate jetzt unter seinen Folgen, die er... unter den alten, weil er jetzt die ja nicht mitgenommen hat. Oder in den nächsten Folgen hätte er das auch gerne. Ja! Und unter seinen, äh, Damned-Volgen. Ja! Nein, da müsste er ihm Trost spenden. Nee, da, da muss man ihm eigentlich, äh, echt mal hier was, was drunter schreiben, dass er ein ganz harter Typ ist. Ja! Weil er hat sehr gelitten. Oh, Mann! Er ist der Typ von Welt! So! Streit ums Crystal! Ha! Trevor! Jetzt gedacht! Wir streiten uns um Crystal! Äh... Wer ist Crystal? Crystal ist die Neue, kennst du die nicht? Zugezogen! Ha! 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 oder? Ha! Okay, okay! gestures Rox. Okay! Spons, P pam! Wir sind bereit, wir sind in Form, äh, spielen. Und zwar enorm. Ist das nicht Spongebob? Ja. Aber ich bin doch allergisch gegen Lieblichkeit. Oh, wir sind so in Hammer, die Videos, eh. Hey, Appo. Hey, Appo. Was wollen wir jetzt eigentlich? Wir ballern jetzt rum. Wir streiten auf so einen Crystal. In Klammern Trevor. Neat, neat. Was abgehoben. Zeig den Sturz, das ist die Smart Air. Smart Air, ja. Smart Air, fliegt unser Ziel. Das liegt dann im Spoiler. Ja. Ja, wahrscheinlich. Die Smarties sind da. Die haben keine Produktplatzierung. Was für Produktplatzierung. Ey. Ich meine unsere Gruppe. Ich halte uns den Rücken frei. Achtung, da kommen Auto mit Gangstern drinne. Kann man das kaufen? Ja, das ist die neue, äh, Deluxe-Rüder-Sport-Edition. Achso, wir wollten ja hier keine Produktplatzierung machen, ne? War da nicht eng. Was ist denn nun die Mehrzahl von Smart? Wollte da nicht einsteigen, aber auch okay. Ah, es ist Crystal. Oh, ich hab sie abgeschossen. Neeein. Neeein. Die war doch noch so jung. Die hatte noch ihr ganzes halbes Leben vor uns. So, ich kann jetzt einfach mal rein. Linkerseits sind irgendwo welche? Ja, einfach rein. Ich suche Crystal, hat das jemand gesehen? Oder sie? Hat jemand ihn gesehen? Die? Hat sie gesehen? Ja, da ist doch noch eine. Ja, ich, ich sichere links. Und ich sichere gleich meinen Tod. Achtung, hinter dir, hinter dir, Mareike. Ja, wuhu. Zum den Berg runter. Warte, hab ich gleich. Jep, hab ich. Achso. Beiner ist da noch. Oh, oh, oh. Nice. Verdammt, wo ist er? Den, aber. Da ist er. Oben bei unseren Autos ist einer. Den hab ich auch gleich, normalerweise. Oh. So, da wird's schon. Nein. Nein. Ey, das muss man gut nachladen. Hey, ich seh das Mündungsfeuer, aber ich seh... Ach nee, das sind die Autoscheinwerfer, die da leuchten. Der Chip. Ey, wir schießen auf mich. Kommt der denn da denn? Was zum? Kommt der schon wieder hin? Da hinsetzt der. Ja, die kommen von allen Seiten. Dann, die tu was. Was soll ich denn tun? Oh, ich bin schon wieder tot. Ich tue schon alles, was ich kann. Wir haben keine Teamleben mehr. Was? Ja. What the fucker, hat er gesagt. Ich dachte, du besser aufpassen. So, der ist schon mal tot. Ich geh jetzt einfach mal dem Pier entlang. Ich hab auch schon ein paar erwischt. Ich hab schon eine eigentlich. Pass auf, nimm erst die aus dem Boot. Die aus dem Boot, okay. Erst die aus dem Boot erledigen, bevor du runter zum Pier gehst. Hinter dir. Übrigens, direkt hinter dir. Was macht der da hinter mir? Ich dachte, ich halte den Rücken frei. Ja, ich hab hier noch ein bisschen was zu tun. Ich hab hier noch ein bisschen was zu tun. Fuck, ich bleib dir tot. Ich bin der tot. Ich laufe hier schon. Hä? Da ist noch Mareike noch, oder? Ja. Achtung, direkt bei euch. Muss einer sein. Ich hab hier keinen. Bei dir ist einer. Nee. Hä? Das sind die im Boot. Achso, das ist Mareike. Nee, da ist einer. Ja, das sieht doch bei dir jetzt irgendwo eine. Da ist er, ich sehe ihn. Ich kümmer mich mal um die, die im Boot sitzen. In dem einen zumindest. Ich nimm das andere Boot. Ähm, ach da ist der Beifahrer. Der Fahrer ist schon tot. Hinten sitzen nur noch zwei drin. Ja, die schießen aber auch. Was fühlt die das zu stören? Hier, das eine Boot ist auch gleich sauber. Ist auch tot. Besten auch das Boot heil lassen, dann können wir mit dem Boot abholen. Fahrer ist auch tot. So. So, Boot ist sauber. Das andere Boot ist auch sauber. Huch. Geh denn da. Vorsicht, dass da unten... Da unten steht noch einer. Scheiße. Da ist der Kraftwechsel. Scheiße, schnell die Klischer. Das ist mal Mareike, das Mef einsammeln und kriegt. Ah, hinter mir schießt einer auf mich. Sammelt sie jetzt Crystal ein. Hast du? Ja. Ich hol mal das Boot. Das Boot. Das Bo. Das Bo. Das Bo. Ich hab mich bei den Kopf angestoßen. He. Der hat Spor-Ohrquast. Wie durchlöchert sich der aus? Wo wir bei Find and Nemo wären außerdem. Der hat Spor-Ohrquast. Oh, jetzt hab ich mich voll teint. Fische sind Freunde. Kein Futter. Jetzt spricht mir nach. Fische sind Freunde. Kein Futter. Hallo, Bruce. Das ist so geil. Er kann nicht lecker werden. Ich konnte die mal voll imitieren. So, Boot. 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 Einsteigen. Ich hab da ein paar Freunde noch drinnen. Die gab's mit dazu im Preis. Jetzt gleich nicht mehr. Ey, was hast du hier? Das war mein Liebster. Leichenentsorgung. Ich steig ein, Daddy. Mach Y dann. Hab ich schon. Ich glaub, er zockt jetzt gleich mal ne Leiche. Oder auch nicht. Oh doch jetzt. Nee, ist einfach so verschwunden. Aber einen haben wir noch. Yeah. Ich glaub, der eine schläft nur, so wie er da hängt. Der hatte ne harte Nacht. Den wiss ich gut. Ja, ich glaub, der ist seekrank. Ich glaub, der ist schlecht. Dani, pass auf, dass er sich nicht über den Schoß kotzt. Ja, ist ja nicht schlimm. Da läuft so viel Wasser ins Boot. Das ist gleich wieder weg. Komm, wir können da noch ein bisschen mehr. Hör auf, hör auf. Das war ich nicht. Du weißt, dass das schief geht. Hui, flie. Das kommt vor allem sehr stylisch mit einem Zylinder. Ja, ne? Sonst hat sich nicht wegfliegt. Der ist schon fast festgewachsen. Die Haare haben sich da so reingewacht. Was sind seine Haare? Wenn ich den abnehme, den... Ich glaub, das sind deine Haare. Ja, top eingeparkt. Sauber. Ja, ne? Ja, war echt geil eingeparkt. Ja, genau. Wenn ich den Hut absetze, hab ich so Haare wie Marge Simpson. Um seinen Hut abzusetzen zu können, musst du zum Friseur. Du musst rausgeschnitten werden. Ja. Ja, operativ entfernt. Oh, come on. Nicht mich überfahren. Komm, bei den 5 Metern. Yay. Yeah. Juhu. Da ist Crystal. Hallo Crystal. Ey, Crystal. Na, Crystal hatte ich mir aber halb schon vorgestellt. Mission bestanden. Geil. 11.000 Dollar. Bam. Und... Weiter aus dem 501. Oh, endlich 18. Endlich 18. Achso, halt, nee, wir sind in der USA. Das willst du dir noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das bringt mir rein gar nichts. Ich durfte zwar schon die ganze Zeit Autofahren, aber ansonsten... Mareike ist endlich 18. Ja. Was sagt der Timer? Der Timer sagt genau 15 Minuten. Das ist ja hervorragend. Das ist, äh, als hätten wir es geplant. Mann. Geil, oder? Ja. Das ist richtig fett. Dann, äh, ja. Sagen wir nochmal... Tschüss. Genau. Ciao, ciao. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.